Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Passive Income Quickie. Hier erkläre ich dir ganz, ganz zusammengefasst, ganz komprimiert, verschiedene Strategien, mit denen du dir ein passives Einkommen aufbauen kannst. Und heute geht es um eins meiner allerliebsten Themen und zwar um den Online-Kongress. Dafür starte ich jetzt meine Stoppuhr und dann geht es los. Ein Online-Kongress. Was ist ein Online-Kongress? Es handelt sich dabei um, ja, ein Kongress, der im Internet stattfindet, bei dem du in der Regel vorher die Experten interviewst und diese Interviews für einen bestimmten begrenzten Zeitraum den Teilnehmern online zur Verfügung stellst. Das Geniale ist, deine Teilnehmer können überall sein, wo sie wollen. Deine Experten können überall sein, wo sie wollen. Und auch du selbst kannst das von überall, wo du möchtest, aufzeichnen. Und nach diesem Online-Kongress, nach diesem Zeitraum, gibt es keinen kostenfreien Zugriff mehr auf diese Wissenspakete, sondern es kann dann nur noch gegen Bezahlung erworben werden. Das heißt, du hast ein großes, sehr, sehr spannendes digitales Produkt generiert und kannst auch schon während des Kongresses dieses Produkt verkaufen an die Teilnehmer beziehungsweise auch Produkte oder weiterführende, problemlösende Angebote deiner Experten darüber automatisiert anbieten und verkaufen. Das ist ganz kurz zusammengerafft das Wesen eines Online-Kongresses. Dazu macht es auch noch ein mega, mega geniales Netzwerk mit den Experten deiner Branche. Für mich also wirklich eines der fantastischsten Instrumente, um Netzwerk, Reichweite und auch Einkommen aufzubauen, wenn dich das mehr interessiert. Und wenn du weitere Wege kennenlernen willst, wie du dir weitere Einkommensströme aufbauen kannst, melde dich sehr gerne bei mir. Dann vereinbaren wir ein Strategiegespräch und sehen uns bald schon persönlich. Ich wünsche dir einen ganz schönen Tag und schicke dir liebe Grüße.